Ich habe einen ganz schwierigen Wahlkampf vor mir. Ich muss in der Sächsischen Schweiz kandidieren. Es ist ja deutschlandweit bekannt, das ist ja Hochbruch der Rechten. Wir haben Kommunen mit über 22 Prozent, NPD-Anteil. Und ich würde mich freuen, wenn ich mit Hilfe von Jürgen und den anderen in der Partei es schaffen würde, stärker als die NPD zu werden. Den Wahlkreis direkt zu holen wäre mein Wunsch, aber das wird wahrscheinlich ein Traum bleiben. Aber wenn jedenfalls die NPD bei uns kleiner würde, das wäre ein tolles Ergebnis. Und der Jürgen unterstützt uns sowieso die ganze Zeit schon gut. Er ist ja ein zweites Mal in Dresden und gegen rechts hat er auch genug zu sagen. Also, wen Sie? Hubertus. Sorgen Sie dafür, dass die Nazis sich braun ärgern, weil die Grünen mehr Stimmen kriegen. Grün gegen Nazis.